Guten Abend, eine neue Woche mit dem aktuellen Bericht. Die Frühaufsteher wurden heute besonders belohnt. Besonders groß war er, der Mond, und ab 3 Uhr verschwand er im Schatten der Erde. Eine totale Mondfinsternis, die dann aber doch nicht so total war. Denn durch Sonnenstrahlen, die durch die Erdatmosphäre abgelenkt wurden, war er noch gut zu sehen in einem rötlichen Kupferton, und das über eine Stunde lang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020